Jo Männers, also das ist ja mal ein geiler Start, nach Frankreich hab ich gerade, ey, ihr seht da hinter mir ein oranges T und einen grünen Pfeil und ich bin da voll am telefonieren während der Fahrt noch geschäftlich und hab da voll nicht drauf geachtet und denk da so, alter scheiße, jetzt stehst du in der falschen Mautstation und ohne drüber nachzudenken, stopfe ich da das Ticket rein, will da bezahlen und wundere mich, warum nichts geht, hinter mir türmen sich die Autos und denk so, nein, hier ist doch ein gelber Pfeil drauf, darfst du nicht rein. Gut, wenn man so ein bisschen Französisch spricht, das heißt, ich konnte erst mal schön drücken am Apparat, bin zurückgefahren, bin die Box da mit dem grünen Pfeil, ihr seht das da so hinter mir so ganz leicht, ja, der freundliche Mensch da am Telefon hat mir geholfen, hat die Summe eingedrückt und fertig war's. So kann's gehen, in dem Sinne, ist schon ganz geil, wenn man irgendwie alle Karten dabei hat, aber man darf sich doch nicht ablenken lassen und jetzt geht's ans Wasser, haben noch ungefähr 50 Kilometer vor uns, ein bisschen Landstraße, ich bin gespannt und Luis wartet dort auf mich, ist ein guter Kumpel von mir und wir freuen uns auf eine hoffentlich geile Session, denn wir kriegen richtiges, richtiges, fettes Angelwetter. Hoffentlich kriegen wir auch einen Platz, das ist halt die zweite Seite der Medaille. So, also ihr hört es schon, im Hintergrund wird gerade der Waverider aufgepumpt, ziemlich tiefenentspannt mit so einer elektrischen Pumpe, muss ich gestehen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß genau, in welcher Gegend wir sind und wir sind jetzt hier 11 Uhr morgens angekommen und was absolut unerwartet war, alle Seen, beziehungsweise einen haben wir uns nicht angeguckt, sind alle leer. Das ist der absolut, da haben wir eine freie Platzwahl zu einer wahrscheinlich ganz nice Jahreszeit, gut, jetzt sind noch Kackbedingungen, hinter uns ist halt Sonne und ganz leichter Wind, aber jetzt können wir einen Platz wählen in der Tagangelzone, das ist das, was wir machen werden. Wir werden gemütlich tagsüber fischen, abends ruten raus, bisschen Futter rein, früh geht es dann weiter. Wir dürfen, glaube ich, so ab, ich denke, halb sechs, sechs dürfen wir so ungefähr angeln und ich bin mal gespannt, wir kriegen ab übermorgen, morgen, übermorgen fängt so langsam der Regen an. Hoffentlich hält das Wetter, was es verspricht und hoffentlich kriegen wir diese Granatenbedingungen und dann kann ich vielleicht das wiederholen, was ich vor zwei, drei, vier Jahren schon mal wiederholt habe oder beziehungsweise hier hatte, in einer drei, vier Tagessession mit richtig kranken Fischen. Also ich bin mega gespannt, lasst euch überraschen, jetzt geht's los. Schönen guten Morgen, heute ist der erste Tag, wir sind jetzt hier an einem nordfranzösischen Flachlandsee, also klar, die meisten von euch werden das erkennen, wo wir sind. Und ja, vor ein paar Jahren habe ich hier in der Tagangelzone gesessen, hatte so einen mega krass auflandigen Wind und ja, ziemlich gute Fische fangen dürfen. Deswegen, und jetzt sind wir hier, mehr oder weniger fast zur gleichen Jahreszeit und hoffen einfach auf das erste Tiefdruckgebiet, was jetzt kommen soll. Und bis Mitte der Woche sieht das echt richtig gut aus und wir hoffen, dass sich da nichts mehr ändert. Bisschen Wind dazu und dann läuft die Nummer. Aber was haben wir gemacht? Haben ganz, ganz großflächig gefüttert, die Routen verteilt, alle so irgendwo um die 100, 120 Meter max. Ja, und also je nachdem, von wo man losfährt, halt vom Ufer, also gar nicht weit raus am Ende. Ich denke mal, was habe ich verteilt? Drei Kilo Boilies auf ganz, ganz großer Fläche. Und der Kollege, der rechts weg fischt, der genauso. Ja, und einfach Single Hook rein, plumps, erledigt. Das ist ja kein Hexenwerk hier, braucht man kein Echolot, gar nichts. Und dann einfach nur ein GPS, das ist wichtig, dass man die Route nicht überkreuz fährt. Frühmorgens, wenn man aufsteht und loslegt. Ja, nachts wird nicht gefischt, wir sind in der Tagangelzone. Und ja, gegenüber sitzt uns jetzt noch einer, der baut morgen zum Glück ab. Und vollkommen unerwartet, der See ist leer. Ja, wir haben uns auch noch einen anderen angeguckt, der sozusagen als erstes auf dem Weg auf der Anreise liegt, mit extrem viel Struktur, oder mehr Struktur als der hier, das ist ja eine Badewanne. Und selbst da war kein Angler. Also ich meine, klar, die Wasserstände sind extrem niedrig, also es kann auch passieren, dass die vielleicht irgendwann jetzt zeitnah zumachen. Deswegen warten wir uns erst mal ab. Die Kontrolle war gestern auch schon da. Ja, bin gespannt. Aber wie gesagt, alles im grünen Bereich, alles tiefenentspannt. So, und jetzt Routen liegen. Ja, es ist jetzt etwa um 8 Uhr. Bin ein bisschen spät rangewesen heute früh, aber gut, alles schön. Und ja, heute ist er noch entspannt. Morgen wird es erst gut für das Wetter, hoffentlich. Ja, bin mit Luis hier am Start, meiner Hündin Lotta. Und ihr seht es ja hier, haben die Routen tiefenentspannt hier unten gefächert. Bisschen zur Mauer, also was heißt bisschen zur Mauer, stimmt ja auch nicht. War einfach so relativ straight raus. War einfach so relativ gut. Jawohl, zweiter Tag, erster Tag, rein theoretisch richtig geangelt. Und hier ist jetzt der erste Fisch nach, keine Ahnung, Luis hat jetzt irgendwie 1, 2 Brassen. Heute früh 2, 3 Fehlbisse, da ist er. Jawohl, der erste Start. Und das schlechte Wetter verschiebt sich ein bisschen. Wir haben jetzt hier kitschig blauen Himmel, Sonnenschein. Aber es kann nur besser werden. Im Hintergrund, der Beat hier, der geht uns richtig auf den Keks. Wir rammen hier die neuen Pfähle rein für das Überlaufventil. Aber hier, wie gesagt, der erste, der jetzt auf dem Futter war. Ich bin happy. Luis, weiter geht's. Wow. So wie es jetzt aussieht, kommt jetzt der gewünschte Regen im Hintergrund. Und tatsächlich, wir haben jetzt zwei Fische gefangen, jetzt heute über Tag gerade eben noch einen kleineren Schuppi. Es könnte also demnach sein, dass es jetzt vielleicht losgeht. Also wir wissen es nicht genau. Wir warten mal ab. Und den kleinen Schuppi zeigen wir euch jetzt. Danach die Route nochmal raus. Wir haben jetzt noch ungefähr 3,5, 4 Stunden zum Angeln. Und ja, wenn das Wetter, wenn jetzt noch ein bisschen Wind draufkommt hier auf den Bach, dann sieht es gut aus, denke ich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drückt uns die Daumen. Da war er, Leute. Da war er. Geniale Aussicht. Leichter Regen. Fehlt noch ein bisschen der Wind. Aber, wie man sieht, absolut geil hier am Rainbow Lake. Ja, kann man ja schon so eine kleine Mini-Bilanz ziehen, was hat sich verändert im Vergleich zu gestern. Oder vorgestern, wo wir angekommen sind. Tatsächlich das eigentlich, was wir vermutet haben. Von Sonne, 25, 28 Grad. Hätte es eigentlich schon direkt am ersten vollen Tag, wo wir hier gewesen sind, umschlagen sollen. Hat sich dann ein bisschen verzögert, das Wetter. Und heute sozusagen am zweiten offiziellen Angeltag kippt so langsam. Ja, der ein oder andere Schauer ist durch. Und jetzt wird es langsam bedeckt, kühlt ein bisschen ab. Scheinbar finden die Fische das auch ganz nett. Also es war tagsüber echt ein bisschen Aktion hier überall. Hat was springen sehen. Haben jetzt zwei Fische gefangen. Kleineren Spiegler und noch ein Schuppi hinterher. Jetzt bleiben wir dran. Abends gibt es Futter, Ruten raus und früh wird wieder geangelt. Und mit ein bisschen Glück, wenn morgen vielleicht hoffentlich der Wind kommt, arbeiten wir jetzt ein bisschen an der Größe. Was sagst du, wie schätzt du die Situation so ein? Was denkst du? Ich meine, wir haben jetzt fünf offizielle Angeltage geplant. Wie siehst du es? Wetter, Flachlandsehen, was denkst du? Ja, ich denke, wie du schon gesagt hast, so langsam geht es los. Wenn der Wind jetzt noch kommt, das Ganze sich hier so ein bisschen umwälzt, dass die Fische das auch mitkriegen, dass es sich abkühlt. Dann wird was passieren. Das ist echt spannend. Also ich finde es ja genial, dass man tagsüber seine Fische fangen kann. Abends socialize nur ein bisschen, macht ein bisschen was zu essen und entspannt. Oh, da war wieder einer. Gut, so viel zum Thema. Also hier gibt es Fische in dem Areal. Das ist schon mal ganz gut. Dann heißt es jetzt durchhalten. Thema Futter. Das ist immer so eine schwierige Sache, wenn man ein, zwei Tage blankt. Was macht man? Wir haben jetzt hier so im Schnitt, was habe ich gefüttert? Auf vier Routen, Riesenfläche, vier Kilo, fünf Kilo Boilies am ersten Tag ungefähr. Am zweiten Tag ein bisschen weniger, weil kein Biss kam. Und heute bei jedem Fisch einfach so, das waren das zwei, drei Hände großflächig hinterher. Also wirklich jetzt nicht viel. Heute kann man mal überlegen. Jetzt kamen jetzt zwei Aktionen. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt eins, zwei Routen von dir, drei Routen von dir heute Aktionen gehabt. War zwar Weißfisch belastet und bei mir eins, zwei, drei Routen von vier. Also irgendwie kam überall irgendwas. Wir können davon ausgehen, das Futter ist, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger, naja, nicht weggefressen, aber weitestgehend irgendwie von Weißfischen, Aarlande, irgendwas. Ja, kann man heute mal wieder vier, fünf Kilo geben, denke ich. Große Fläche, ne? Ja, nicht übertreiben und morgen sehen wir weiter. Ja, tatsächlich, es klappt so kurz vor Ladenschluss jetzt hier. Der Wind dreht. Wir haben jetzt tatsächlich Ostwind hier bekommen. Unglaublich schön. Und leichte Welle bewölkt. Das ist Fisch Nummer drei. Und was super spannend ist, ist wieder die gleiche Route aus welchem Grund auch immer. Musik 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 In the map! Tanker, Leute! Let's go! Das ist mal nice! Haha, ist das geil! Hammer oder was ein Teil zum Abend! Was ein Hängebauchschweiler! Hänge, Alter! Guck dir dieses Teil an, Luis! Mega! Das ist ein riesen Maul! Die Schnauze ist leider ein bisschen mehr, aber... Meine Güte, was für ein Fisch! Deckel über 20, würde ich sagen! Schönes, schönes, volles Schubmännchen! Unglaublich, toll! So schnell kann's gehen! So schnell kann's gehen! Jetzt! Das ist Porno hier! Wahnsinn! Wahnsinn! Was ein Kessel, Alter! Ja, so ist das! Jetzt kommt hier sogar der Ostwind gleich zu uns gedrückt! Hammer, ey! Die Route lag eine Stunde! Hat jetzt einen dritten Fisch produziert und jetzt so ein Teil hier! Boah! So schnell kann's gehen! Von Sonnenschein auf Wetterwechsel! Nordfranzösische Stauseen und bumm! Dann auf einmal, da sind sie da! Ein richtig, richtig fetter Schubmann! Wahnsinn! Was ein Tier! Schau, was soll ich sagen! Ein dicker, dicker 20 Kilo Fisch! Richtig nice! Boah, im Herbst drücken die vor allem nochmal 2-3 Kilometer drauf, Luis! Die sind am Anfang! Was ein tolles Tier! Markant, alt, ohrig! Und vor allem mit Kreuz! Mit Kreuz! Tag 3 heute des Angelns! Gestern 3 Fische, alle auf eine Route! Heute bis jetzt komplett ruhig! Wo wir schönen Wind drauf haben jetzt hier, der zeigt zwar runterwärts in einen flachen Teil, beziehungsweise kommt so leicht schräg zu uns rüber, so ein Südwest oder was das ist. Ja und dann völlig aus nichts, hat Luis jetzt gerade einen draufgekriegt. Also gehen wir mal runter, wir gucken mal! Ich habe mir jetzt die Warthuse angezogen, und ja, dass ich den keschern kann. Mitten am Nachmittag, einfach so! Unglaublich! Hängt da auch was dran! Ein Schupi! Alter Schwede, das ist ein Sack der Kescher! So, da ist er! Rennfahrer! So, da sind wir wieder. Vollkommen dubios tatsächlich. Also man hat ja nur wirklich ein paar Routen hier zur Verfügung. Man läuft zweimal hintereinander die gleiche. Ja, wir haben glaube ich, also ich habe gerade eben den kleinsten Fisch hier in diesem Teich gefangen. Mit vielleicht zwei Kilo. Das gab es lange nicht. So, und da ist jetzt wieder einer rausgelaufen. Schuppi, so ein wilder Rennfahrer. Nice! Schöne Forelle! Süß! Sagen wir auf Wiedersehen, auf dem nächsten! Wahnsinn! Das war die erste Route heute Morgen, die gelaufen ist. Gerade schnell gefahren, das Ding. Ab der legalen Zeit. Und ja, die lag keine zehn Minuten. Also zurückgekommen. Boom! Wollte gerade die zweite nehmen. Ist hier losgelaufen. Und da wir hier Lauf auf Lauf fischen, muss man ganz fairerweise sagen, es war Luis seine Route. In dem Fall. Und ja, jetzt bist du wieder dran, mein Freund mitdrillen. So, da ist er nochmal. Schöne Zeit. Mein Freund. Moment. So, in dem Sinne. Tja, das ist der Vorteil, wenn man einen Koch dabei hat. Also nicht absichtlich, ja. Schön ist es aber trotzdem, wenn man ab und zu mal was hingestellt bekommt. Gerade wenn man halt so viel blankt wie ich, ja. Dann ist das natürlich klasse. Luis, vielen Dank an der Stelle. Und es gibt heute Reste essen, sagst du ja. Weil es ist schon wieder unser letzter Tag. Du kannst morgen noch verlängern. Ich muss leider heim. Gut, ich bin heute eh nur am Blanken. Aber dafür fange ich heute noch einen dicken. Wetten? Wetten heute kommt noch... Ich fange einen Fisch noch auf meine Routen. Und das ist aber dann ein Fuffi. Mal gucken, ob es klappt. Ich wünsche ihn mir jetzt einfach. Auf jeden Fall gibt es jetzt was Schönes zu essen. Das gehört auch immer dazu. Ein bisschen was Leckeres zwischen die Kiemen. Was gibt es denn eigentlich? Schupfnudelfanne mit Berner Würstchen und Ofenkäse. Lass uns das doch mal angucken hier. Zeig mal her hier. Okay, das ist nice. Okay, der macht das öfter scheinbar. Ja. Wie oft hat man es in Frankreich? Acht Routen, eine läuft. So wie heute. Ja, der Futterplatz läuft an. Drei Tage, vier Tage, fünf Tage gefüttert. Sehr irre, ne? Und jetzt ist heute der fünfte Lauf auf dem Platz. Innerhalb von sieben Stunden. Ja, das ist fett. Ja, das ist wirklich fett. Die Route lag jetzt... Richtig, richtig gut. Zehn Minuten lag die Route. Die war gerade wieder da. Wollte jetzt endlich anfangen zu essen. Was hast du mir da eingenetzt? Ein bisschen Mürrohrkarp. Mürrohrkarp. Oh, ich habe Stiefel an. Das darf ich immer nicht vergessen hier. Nicht, dass ich auf einmal in der Yorke stehe. Ja, die haben alle eine coole Form irgendwie auch. Schon leicht vollgefressen die Dinger, ne? Boah, guckt euch mal die andere Seite an. Da ist der echt hübsch. Geil. Kleine Halbzeile. Meinst du den sehen wir mit 30 Kilo irgendwann in einem Magazin? Ja. Oder im Netz? Bestimmt, ey. Dann knutsch ich den schon mal jetzt. Luis hat gerade die Route neu gefahren. Jetzt machen wir kurz Fotos. Nice, schöner Schuppi. Hier aus dem unbekannten See. In Nordfrankreich. Sag mal, regnet es gerade draußen? Kann das sein, ja? Ein bisschen. Sag mal, kann das sein, dass du mich heute so was von hart abangelst? Alter, ich drehe hier einen schönen Vlog und habe eigentlich gar nichts zum Drehen. Also, ja, ich drehe dich. Ey, das ist krass. Ey, was geht bei dir? Wie viel da ist das jetzt? Boah, ich glaube siebter, achter Lauf jetzt. Siebter, achter Lauf. Okay, schön, wenn man vergisst mitzuzählen. Mir fällt das leichter. Ich bin noch bei null heute. Das ist halt das Schöne, wenn man nichts fängt. Dann kann man auch mal im Zelt sitzen, kann den anderen zugucken. Ist auch mal schön. Ja, aber es sind alles Schnittfische. Es ist echt, also es ist eine Herde, die steht da irgendwo und mal gucken, ob noch ein Ausreißer kommt. Ich meine, es ist ja immer so eine Sache, wenn es ruhig ist und die Plätze da, ich sag jetzt mal, unberührt bleiben, entweder es sind keine Fische da, das kann natürlich auch sein. Oder es ist ein gutes Zeichen, dass vielleicht noch ein Dicker rausrollt. Der Hund denkt sich einen Teil genauso. Ey Schnecki, alles gut. Ja, ja. Gute Laune sieht anders aus, oder? Tja, wie es guckt. Tja, der eine fährt und drillt und ich weihe mal meinen neuen Kocher ein und würde an der Stelle sagen, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee und da schauen wir doch einfach mal. Jawoll. Oh, ist an. Super. Der hat richtig Dampf, Leute. Tja, wer keine Fische fängt, kann auch mal eine Kaffeeszene einbauen. Aber hast du schon wieder einen rausgedreht, Luis? Yes. Jetzt kann nicht wahr sein, 9 zu 0 heute. Alter Schwede, der angelt mich hier voll ab, Leute. Gibt es nicht. Und jetzt regnet es wieder, jetzt zieht hier eine Wand durch, eine Fette. Echt krass. Musste mal einer rauslaufen hier links, ey. Es wird ein Film, nicht über Philipp Kretschmer, sondern über Luis Pfadmann. Der kam gerade... Ja, siehste es, weil dein Spotter an dem Regen gebogen ist. Du wusstest es ganz genau. Und Gott sprach, habet Geduld und ihr werdet belohnt. Richtiges Bauarbeiter-Outfit. Richtiges Bauarbeiter-Outfit. Da geht's zum Strand, Leute. Internet. Internet. Ah, schöne Forelle. Und nass ist er auch noch geworden. Schön, schön, schön. Eins zu neun. So, jetzt schnell wieder die Route raus. Bei dem Wind. Ah, schön. Voll gespritzt durch den ganzen Regen. Ja, was machen wir jetzt hier? Ihr seht es hier. Ganz normaler Longshank-Hakengröße. Vier. Zwanziger Beule hier am Ring. Bisschen abgecoated hier. Weiches Geflecht. Und dann hier fette Grippers. Irgendwie um die 200, 220 Gramm sowas. Full-Krum-Rolle, Full-Krum-Route. Bootsroute, 10 Fuß, 3,25. Und hier 47er Mono. Die ist auch von Savage Gear. Ein Raubfisch, nur die Silencer. Die finde ich echt genial. Wenig Trall läuft. So, Hand GPS. Ich hab zwar immer alles hier im Boot. Auch Echolot und so weiter. Aber an der Stelle so ein geiles Hand GPS. Finde ich klasse. So, dann gibt es hier die ganzen Punkte. So, ihr seht es hier. Ich hab den Punkt jetzt erreicht gehabt. Ich drehe jetzt mal eine ganz kleine Runde. Und gerade jetzt, wenn man viel Wind hat. Fahre wir jetzt mal drauf wieder. Mach ich in der Regel folgendes. Ich setze einfach einen kleinen Marker auf den Punkt. Ja, da weiß ich, alles klar. Da ist er. Und dann kann ich ganz in aller Ruhe entspannt sozusagen das fertig machen. Und kann dann schauen. Jawoll, passt. Hier in dem Flachland sehen. Das ist eh nicht so ganz entscheidend. Das ist jetzt Nummer... Wie viel? Ich glaub das war der Elfte. Du bist einfach gestört, Alter. Ach du Scheiße. Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Hier, Junge. Oh, fuck. Nice, Mann. Altes Tier. Hast du die Schuppe gesehen? Ja, Mann. Habt ihr die Schuppe gesehen? Ja, 20 genau mit der Slinge, also 18 knapp. Also haben wir jetzt gut. Also 18 Kilo? 18 Kilo. Nice. Luis, auf deine Route durfte ich drillen. Ich danke dir, my friend. Der nächste ist wieder dir. Guckt euch mal diese mega fette Schuppe an da oben drauf. Boah, ist das irre. Fette Mandarine. Eine ganz fette Mandarine. Stark. So aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, ist ein guter Frisch. Ey, ich hab auch einen, ne? Ja. Ich hab einen Run. Äh, ja. Ja. Ja, mach ich. Junge, Junge, Junge. Wat ein Stress hier. Da läuft er wieder durch. So, mein Platsch-Platsch versorgt. Schöner Spiegler. Luis ist ja auch schon wieder am Drillen. Voll krass, ey. Nächster am Band. Nächster. Nice. Geht ja fast in Richtung Doppellauf, wenn die so kurz hintereinander laufen. Ah. Wo ist mein Kescher? Ah. Wo ist mein Kescher? Jetzt ziehen sie durch, Alter. Geil, geil, geil. Ich dreh ab. Oha. 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 Das ist geil. Schön dreckig alles. Geil. Durch den Regen. Ich hab mir nass. Das ist verrückt. Gestern ging gar nichts bei meinen Routen. Und heute sieht besser aus. Der drillt da hinten auch. Geil. Also wir hatten scheinbar jetzt gerade einen megagroßen Allernschwarm bei uns auf dem Platz. Da waren auch viele Brassen dabei. Irgendwelche Mutanten, Rotfederplätzen. Ey, das war krank. Ich hab vor, ne vor drei Stunden, wann haben wir unser Frühstück gemacht? Jetzt ist es um zwei. Ja, elf. Kurz vor elf. Überlegt euch das. Kurz vor zwölf hatten wir noch vier Garten. Ja, genau. Und danach hat uns die Herde überrannt. Und so schnell kommt man von dem Gedanken, ja du musst 20er Boilies fischen, weil sonst kriegst du keine Aktionen zu. Verdammt, ich hab meine 30er vergessen. Aber wir haben jetzt einmal komplett alle durchgewechselt, weil die sind ja eh irgendwie alle rausgescheppert. Und haben jetzt wieder einen 20er drauf. Hoffentlich hilft's. Es ist halt drei Minuten Ruhe. Aber wir sitzen auch erst seit zwei Minuten. Von daher. Ja, das hab ich auch schon nicht gehabt, ne? Oder lange nicht gehabt. Von purer Verzweiflung, hier gibt's keine Fische. Bis. Brauch ne Pause. Gerade am Fotos machen, Alter. Das ist doch. Ja, man wird nicht jünger, ne? Bald brauchst du wieder eine Sitzkiepe zu machen. Wie schön soll das nicht gehen. Alter Schwede, was ist denn das Geiles? Bisschen Köln mit drin oder so. Ja, cool. Oh. Von Baumstumpf aus gedrillt. Guckt euch das an. Was bitte ist das für eine übelste End-Beauty. Mega schön. So ein langes, wildes Gerät. Stark. Sprachlos, ey. Zeig den euch nochmal von der anderen Seite, wenn die Forelle jetzt hier nicht weg springt. Luis, was sagst du dazu? Mega geiles Teil. Hammer, ey. Wahnsinn. So, bye bye, my friend. Morgen. Es dämmert gerade. Und wir packen jetzt unser Zeug. Haben die Nacht noch hier gepennt, weil wir gestern Abend bis zum Schluss noch gefischt haben. Haben die Routen dann rausgedreht. Bisschen noch gemeinsam zusammengesessen. Und ja, damit wir nicht jetzt im Dunkeln abbauen, haben wir uns dazu entschieden, am frühen Morgen zu fahren. Ja, jetzt geht es nach Hause, nach Deutschland. Wir ziehen gleich mal Bilanz wegen der Session. Das machen wir zusammen. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, alles ins Boot zu kriegen. Die letzten zwei Routen sind noch drin. Boot ist schon geparkt. Luis ist auch gleich fertig. Ja, ich würde sagen, es ist Ende einer erfolgreichen Session, die anfänglich ziemlich mager begonnen hat und hinten raus dann total eskaliert ist. Alles ist im Auto verstaut. Es war eine fette Woche, Luis, muss ich echt sagen. An der Stelle, Prost mit einem Kaffee in der Hand. Und ja, fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir wollten Sonntag eigentlich schon losfahren, sind es nicht, weil das Wetter beschissen war. Also Sonne und kitschig blauer Himmel. Haben uns dann auf Montagvormittag geeinigt, sind losgefahren, hier angekommen, gegen Mittag am See. Entscheidungsleicht gefallen, es war gefühlt alles leer. Also nicht nur vom Wasser stand ziemlich unten, sondern auch anglertechnisch sehr, sehr leer. Haben dann entschieden gleich hier zu bleiben. Ja, wir sind gar nicht weiter rumgefahren. Ersten Tag sozusagen aufbauen, füttern. Abends noch zwei Routen mal gelegt, bis zum Dunkel werden halt. Da ging gar nichts. Zweiter Tag war der Dienstag. Da ging null. Da war ein schöner Blank. Aber war auch klar, Wetter war absolut Banane. Kein Wind, Sonne, blauer Himmel. Ab Mittwoch, die ersten Regenschau in der Nacht. Dienstag, ab Mittwoch, die erste Regenschau. Und da ging es dann eigentlich schon so halb zur Sache, kannst du fast sagen. Und was passiert? Ich glaube am Mittwoch, wie viele Läufe hatten wir? Drei, ne? Drei, ja. Da haben wir auch den dicksten Fisch. Also einen sehr, sehr geilen Schuppi hatten wir da dabei. Und wie ging es weiter? Ich überlege gerade. Das war Mittwoch. Abends wieder füttern. Drei Fische haben wir auch wieder gefüttert. Am Donnerstag liefen dann meine Routen dreimal. Ganz komisch, wieder auch nur eine Rute. Stimmt, ja. Ja, ja, ja. Und du hast übelst viele Weißfische gefangen am Anfang, ne? Ja. Das muss man auch sagen, du hast ganz, ganz viele Weißfische gehabt. Aber auch alles. Von Schleien über Brasse, Giebel, keine Ahnung, Arlande. Okay. Eine Fresse. Okay, okay, okay. Ähm, ja. Donnerstag und Freitag war kompletter Eskalationsmode. Freitag und Samstag, wir haben Sonntag. Stimmt, wir haben einen Tag verlängert, weil wir so fischgeil waren. Ja. Und da war echt komplette Eskalation. Wetter war super, voll bewölkt, Wind drauf. Ja, nur wieder Regenschauer. Ja, ja. Also eigentlich perfektes Angelwetter, ne? Ja. Muss man sagen. Wie viele Fische haben wir da gehabt denn in den zwei Tagen jetzt? Ich glaube, über 25. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Boah. Das ist echt geistesgestört. Also vor allem der Samstag mit den, dann gingen bei dir die Weißfische los. Ja. Ich weiß gar nicht, wir sind ja zu nichts gekommen. Dann habe ich den 1 zu 11 Drill auf Drillblenk vor der Haut gehabt. Und da durfte ich dann auch, ich habe sogar, glaube ich, was mehr gefangen als du. Über 7? Ich habe 8 oder so. Ich weiß es nicht genau. Und ganz viele Arlande, Döbel, Brassen, Killer, Giebel. Den ersten Doppelfang, den ersten Trippellauf. Stimmt, hatten wir auch. Aber das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich, waren die Gewichte. Muss man sagen. Wir hatten, glaube ich, nur 3 oder 4 Fische über 15 Kilo. Das heißt genug. Ja, das ist ja auch ein gutes Ergebnis. Also für die Bedingungen hier. Dann noch so eine igelste Perle bei dir. Stimmt, diesen Fully Scale. Käuferschnitt da irgendwie. Man soll immer dankbar sein, Leute, mit dem, was man fängt. Und auch, was man für eine Zeit erlebt hat. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Carbkraft Vlog. Mal gucken, wo es dann hingeht. Und mit wem. In dem Sinne. Ciao. 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 Ciao.